Die Abfallentsorgung ist Teil der Grundversorgung. Auch in Zeiten wie diesen sind wir für euch im Einsatz. Für das ihr weiterhin korrekt entsorgt. Für das ihr an den Sammelstellen Rücksicht nehmt. Für das ihr die Massnahmen auf den Entsorgungshäfen befolgt und für das Verständnis habt. Das erleichtert unsere Arbeit enorm. Für das sagen wir Merci. Schenk uns deine Aufmerksamkeit. Folge Entsorgung & Recycling auf Facebook.